So Leute, und heute zeige ich euch mal den Spind von meinem Freund, mit dem ich immer zusammenspiel und ja, ihr seht mich da an, wenn ich im Spind bin. Ja Leute, jetzt bin ich hier im Spind und ja, da fangen wir die Skins an. Er hat so fast dieselben Skins wie ich. Hier die ganzen, was war es wieder mal, die ganzen Bellabas Skins hier, Sensman, Drift, Omega und ja, hier die ganzen Skins, außer die Skins, die ich nicht. Hat er Farbenbomber und rote Verteidigerin, das sind zwei coole Skins, finde ich. Und ja, er hat genau dieselben Skins wie ich, ja. Da kann man mal direkt zu dem Rückenattestfahrer, hat er auch die selbe, fast dieselben, er hat dieselben wie ich, vom dummen Reisenden, vom Blockbuster, von, keine Ahnung von wem, vom, von dem Starterpaket, den Funker Rucksack, dann den, keine Ahnung was sein ist, den Krimskranzasche, dann der kostenlose, aus Season 2 einer und aus Season 3 einer. So, Engkleider, er hat jetzt auch den Strandschirm, weil wir haben zusammen gestern ein Sieg erspielt, darum haben wir den, den Schirm bekommen. Und er hat in Season 1, 2 noch nicht mitgespielt, also hat er nur diesen Schirm, nicht den Schneeflockenschirm. Also hier ist Season 2, Season 3, ah nee, das ist Season 3, Season 4 und Season 5. Und das sind normalen Fallschirme, füllen voran, mal los schwingen, Regenbogenrät, Zuckerschock, Kuhlisser, Entschleuniger und Kohlefaser. Die Spitzhacken, er hat jetzt eine Spitzhacke, die ich nicht habe, das ist die hier, die Siegesrunde, sonst hat er auch die gleichen wie ich, die Ansturm, Außenbohrthacke, Bleistitfabe, Ballonhacke, Boxenstopper, Klebellutscher, Orkanhacke, dann ich vom Carbide, dann die Sägezahn, ja gut, die wieder und dann natürlich die Standardhacke. Dann die ganzen Titelbildschirme. Und ja, jetzt kommt was anderes, weil viele Tänze, so, habe ich, hat er viele Tänze, die ich nicht habe. Fängt schon mit Breakdance an, das habe ich nicht. Und Luftgitarre, das ist sehr seltener Tanz, der war bis jetzt nur einmal im Shop. Dann auch so ein sehr cooler Tanz, der Adler Tanz. Dann hat er noch Flatterhaft, war früher mein Übungs-Tanz. Dann hat er noch diesen Gangster-Tanz, sauber und Überschwang. Ja, hier hat er dann noch das hier. Kommt doch. Und ja, natürlich die Best-Tanz-Ever. Und ja, jetzt zeige ich euch noch den, das Profil. Er hat noch keinen Solo-Win. Er ist sehr oft zweiter Platz und so geworden, war ganz knapp immer. Dann hat er 23. normale Duo-Siege, die ist, die 22 hat er mit mir gemacht, die anderen hat er noch mit einer anderen Verein gemacht, den einen. Und acht Team-Siege. Er hat Konto-Level von 213. Und ja, Battle-Pass-Stufe ist er jetzt 35. Und ja, Herausforderung bei, das hat er jetzt 66.000 EP. Das ist der heutige Shop, vom, das und das. Und ja, heute ist der High drin. Und ja, ihr könnt mal, Killer, alle eine Freundschaft in Frage schicken, weil er hat noch nicht viele Freunde, wie ihr seht. Weil bei dem ist gerade niemand online. Und ja, er ist Level 33. Und das soll es auch von dem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.